Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind natürlich hier bei unserer süßen Maus und ihren Kindern, die alle in der Schule sind, die aber gleich nach Hause kommen und ich glaube, die werden fast alle gealtert werden können. Und das sind sehr schöne Neuigkeiten. Okay, okay, jetzt müsst ihr langsam in die Meldung kommen, dass sie nach Hause kommen, ja. Schulprojekte gibt es auf jeden Fall, ja. Gute Noten, 1er Schüler, 1er Schüler, 2er Schüler, 2er Schüler. Also es ist perfekt. Besser hätte es gar nicht laufen können. Ich stelle trotzdem schon mal alle Projekte auf, weil die sind wichtig. Aber ich weiß gar nicht, wohin wir haben, gar nicht so viel Platz, ne. Und es ist Winter. Verdammt. Obwohl, kann man die hier hinstellen? Ich glaube schon, oder? Hier müsste genug Platz... Da kann auf jeden Fall eins hin. Da kann noch eins hin. Ich stelle jetzt einfach erstmal hier hin. Kann ich ja immer noch umstellen dann, wenn es soweit ist. Das heißt, wir können auch gleich ein neues Kind zeugen. Oh mein Gott, haben wir einen Typen? Ich glaube nicht, naja. Ich muss gleich nochmal gucken und dann geht es aber ran, du. Alles Gute zum Purzeltag. So, und du bist noch ein Hundefreund. Süß. Sich etwas wünschen. Uni. Interessiert mich nicht. Wir haben an die Uni ja abgeschlossen, ja. Wuuh. Und du bist ehrgeizig. Wuuh. Pff, jetzt habe ich gleichzeitig Wu gesagt haben. Ich habe jetzt auf jeden Fall keinen gefunden, deswegen würde ich einfach mal sagen, wir reisen einfach mal durch die Welt hier und gucken, ob irgendwelche Bock hat, mit uns was zu erleben. Wir besuchen einfach diesen Haushalt. Da wird ja schon jemand sein, der uns schwängern kann, oder? Ach, das ist ein Senior. Der Typ, den ich da gesehen habe hier. Aber ist ja egal. Kann ja ruhig ein Senior sein, ne? Der kann ja trotzdem noch hier Dinge mit uns tun. So, dann betören wir ihn natürlich. Kann man hier irgendeine Wurme machen? Bei ihm drinnen vielleicht. Hallo, warum kann man da nicht rein? Mua. Es gibt keinen Sound mehr. Keine Ahnung. Zwischendurch kommt der mal nicht, mal doch. Ich bin verwirrt. Irgendwelche Sachen treten in Kraft, das muss ich mir gleich angucken. Weil in meinem privaten Spielstand ist es so, dass die jetzt die ganze Zeit Strafen halten, weil die angeblich zu viel Wasser verbrauchen. Obwohl ich einen Haushalt mit sieben Sims oder so habe. Und die halt alle duschen müssen. Was soll das? Ich hätte nichts gegen Kinder. See? We're perfect together. Okay. Ich hab mal eben diesen Cheat eingegeben, für, dass man hier überall bauen kann. Weil ich möchte hier irgendwie einen Busch oder so platzieren, damit wir hier ein bisschen Spaß haben können. Also ich könnte jetzt auch hier diesen Dumpster da hinpacken, aber wir hatten auch schon lange nichts mehr in dem Busch, ne? Und vor allem, den Dumpster haben wir ja auch zu Hause hier. So. Und jetzt bitte Baby machen. Bitte. Bitte, bitte. Body shaming. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich will aber nicht dabei sein. Tschüss. Okay, dann gehen wir nach Hause. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, ob ich schwanger bin, aber... Also sie. Ich sowieso nicht. Ähm. Aber ja. Nö. Wir wohnen nicht mehr in San Myshuno. Ich gehe immer noch in San Myshuno, Jonas. Nein. Wir laden ihn einfach nochmal ein, sollte das jetzt nicht funktioniert haben. Ich meine, dann können wir immer noch im Dumpster wuhuhen. Dann kann sie ja einfach mal direkt einen Schwangerschaftstest machen, wenn ich das Klo anklicken kann. Ja. Tada. Tada. Wieso ist das Klo kaputt? Warum? Mach jetzt einen Schwangerschaftstest, verdammt. Wuhu. Hat funktioniert. Hat schön. Ach, die Kiddos, die spät in der Nacht hier noch ihre Projekte fertigstellen. Schön. Dann kann ich das andere Projekt ja wieder hochholen. Dass sie sich die ganze Zeit immer einpissen, ne? Oh mein Gott. Das passiert mir ehrlich gesagt ein bisschen zu häufig. Also wenn das mal passieren würde, ja okay. Aber ich glaube nicht, dass das jeder in dem Alter noch... Dass das jedem in dem Alter noch so regelmäßig passiert, weil ich kann mich nicht daran erinnern auf jeden Fall. Aber sie ist schon echt schlank geworden, ne? Vor allem nimmt sie jetzt irgendwie gar nicht mehr zu. Also ich weiß nicht wieso. Ich akzeptiere es. Ich möchte, by the way, durchziehen, dass er sein Leben lang immer solche coolen Sonnenbrillen trägt. Was? Ökologischer Fußabdruck industriell? Naja, es ist halt die Frage, sind Heizungen oder Kamine besser? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt, spontan gesagt Kamine. Aber da gibt es auch viele Ressourcen, die halt wegkommen. Und Feuer ist ja auch nicht so gut. Verdammt! Hm. Wieso kann ich bei ihm nicht auswählen, dass er fleißig lernen soll? Nervt mich das jetzt schon wieder. Oh mein Gott. Hm. Mehr Post. Achso, Moment mal. Umweltfreundliche Geräte. Joa, machen wir ja eh. Wir reparieren ja eh. Also von daher, außerdem haben wir uns ja hier Sonnenkollektoren und so gekauft. Also wir sind hier schon ganz gut dabei, würde ich behaupten. Oh, wie schön, dass ich das nicht mal alles einzeln verkaufen muss. Uh, hi girl. Hi. Ich will es nicht wegen Geldnachricht. Das waren neun Simoleons. Da musst du jetzt nicht drüber heulen. Außerdem, also ja, ich kann verstehen, wir brauchen kein Geld, aber es waren neun Simoleons. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, sie ist ja schon fast durch mit ihrem Leben. Schön. Er hängt ein bisschen hinterher tatsächlich, aber es ist okay. Ist nicht viel, wir kriegen das hin. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich, weil du so ein toller Nachbar bist und ich mich für deine Freundlichkeit und Freundschaft bedanken möchte. Möchtest du sehen, was das ist? Du bist meine Tochter, Honey. Aber ja, komm rein. Und die beiden sind immer noch zweier Schüler. Er ist halt viel besser als er, weil ich bei ihm das ja nicht auswählen konnte. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Er braucht auf jeden Fall Spaß in seinem Leben. Alle sind krank immer. Ey, das ist so schlimm. Ja, was ist jetzt das Geschenk? Gib es mir. Ich bin jetzt ungefähr fertig mit dem, was ich hier machen wollte. Macht das hier was aus, wenn ich noch etwas hier bleibe? Bruder, du hast mir nicht mal gegeben, was du wolltest. Dieses Essen wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ach so, einmal seltene Pflanzen. Uh. Weil ich auch so einen krassen Garten habe, weißt du? War das bei ihm denn los? NAP-Inspektor? Was? Das ist unser Sohn. Guckt er jetzt, was wir für Gegenstände haben? Oder was ist sein Problem? Weil in dem Fall, also, ist es ja jetzt hier der Fall, dass wir halt ja dann alles reparieren sollen und halt Gegenstände haben, die ökologisch halt gut sind. So, aber, hm. Hm. Soll ich ihn hereinbitten? Ich mach einfach mal. Okay, er testet jetzt irgendwas anscheinend. Ich bin verwirrt. Aber er darf ruhig reinkommen. Das ist kein Ding. Also, ich mein, wir haben jetzt eigentlich nichts, was jetzt besonders schlimm ist, oder? Es passiert nichts. I don't know. Ist mir egal. Mach, was du willst. Dieser Haushalt erfüllt nicht die Bedingungen der folgenden nachbeständigen Aktionspläne. Und wir von dich gerät. Deine Rechnungen werden erhöht, bis das Problem behoben ist. Naja, ist ja nicht schlimm. Weil ich mein, wir haben genug Geld. Aber I don't know, was wir jetzt genau tun sollen, wenn ich ehrlich bin. Weil wir haben jetzt nichts krass unwertfreundliches, oder? Also, find ich jetzt. Okay, jetzt kann ich das wieder bei ihm einstellen. Na dann ist ja alles okay. Ist es komisch, wenn ich deine Schreie mag? What the fuck? Da würde ich auch kotzen wollen. Mädchen oder Junge? Äh, oh man. Wir wären dann bei V, ne? Wenn es ein Junge wird. Und sonst, das ist ja random. Aber, ja, wir sind auch bei Jungen fast mit dem Alphabet durch. Krass, einfach nur krass. Samuel! Theo! Ich muss euch dann zwar wahrscheinlich, ja, ich muss euch offscreen, äh, umstylen. Aber ihr könnt ja schon mal nochmal Geburtstag haben, ja? I love it! Dass Theo das noch geschafft hat, wundert mich, aber ich find's toll. So, und du bist ein Chaot und Öko-Innovator. Und auch Theo. Yay! Und du bist kindisch. Und möchtest ein herausragender Maler werden. Sehr schnieke auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt sagen, ich beende dann hier schon mal die Folge. Weil viel werden wir eh nicht mehr schaffen. Und dann macht das jetzt nicht mehr so viel Unterschied. Und, ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und Tschüss!